Wir sind hier live in London vor dem Gerichtsgebäude, wo die Julian Assange-Anhörung vor kurzem begonnen hat. Die finale Anhörung, der zweite Tag von den Tagen X, quasi von den entscheidenden Tagen, wie es Stella Assange immer wieder gesagt hat. Nach zwei Tagen London mit insgesamt circa 13 oder 14 Stunden Livestream, die wir insgesamt hier produziert haben, kommt jetzt alles zu einem Ende und ich hoffe so zu einem positiven Ende. Alle haben immer wieder betont, dass sie noch Hoffnung haben, dass es noch Hoffnung gibt. Gleichzeitig waren sie auch sehr realistisch und sehr ernst natürlich bei der ganzen Sache, weil hier geht es um sehr, sehr viel. Aber ich hoffe doch, dass das Gute siegt, dass die Menschlichkeit siegt, dass die Pressefreiheit siegt, dass die Freiheit siegt, dass wir als Menschen diesen Prozess in Anführungszeichen hinnehmen. Das ist der finale Protestmarsch. Er führt uns direkt vor die Downing Street, da wo der Premierminister von England seinen Sitz hat. Das ist der finale Anhörung. Gabriel, alle an der Spitze des Demo-Zugs gesehen. Wir spazieren jetzt zur Downing Street, wo verkündet wird, was die finale Entscheidung im Gericht war und ob es eine Entscheidung gibt. Denn ich habe euch ja im Stream schon erzählt, meine Theorie ist ja, dass sie es heute gar nicht verkünden werden, beziehungsweise nicht fikat. Final verkünden werden. Warum? Weil jetzt die ganze internationale Presse da ist. Jetzt sind alle da, die zuschauen. Alle schauen jetzt drauf, die deutschen Medien, die internationalen Medien, von überall. Es ist natürlich jetzt sehr viel Aufmerksamkeit auf diesen Fall. Also ich würde es wahrscheinlich an der UK-Stelle nicht anders machen, weil natürlich, wenn du es erst in ein paar Wochen, egal wann sie es wirklich dann verkünden, ist natürlich kein Kamerateam da. Dann haben wir das gleiche Spiel, wie wir davor hatten. Die Leute vergessen, die Journalisten vergessen, die vergessen, und ich glaube, darauf spekuliert das Rechtssystem in UK. Aber wir lassen uns überraschen. Wir bringen euch natürlich live und ungeschnitten der Downing Street. Weil eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir nicht der größte Stream sind. Ich würde mir wünschen, dass es einen ARD-Stream gibt, einen Welt-Stream, einen ZDF-Stream, einen ORF-Stream, dass alle diese Medien, die mit unserem Geld ausgestattet sind und um die es ja hier auch geht, um diese Pressefreiheit es auch geht, dass gerade die großen Streams auf die Beine stellen sollten. Also ja, ich finde es eher, es ist ein trauriges Zeichen und ein trauriges Zeichen für diese Medienlandschaft, für diese Mainstream-Medienlandschaft. Und nachdem wir auch gestern noch gesehen haben, gestern Abend, wie sie berichtet haben, was sie berichtet haben, wie das Wording war, dann weiß man auch, ein ganzer Stream hätte nichts gebracht. K-Wahn ist da. Wir marschieren jetzt zur Downing Street. Von marschieren kann ich die Rede sein. Marschieren tun wir nicht, wir schlendern. Mit Marschieren habe ich nichts zu tun. Wir marschieren friedlich. Wir marschieren friedlich und unser Slogan heißt ganz klar Be, Be, Be Assange. Ja, wir alle sind Assange. Wenn Sie den abräumen, sind wir die Nächsten. Deswegen, wir werden, wie Zellen werden wir entstehen. Wir werden uns diese Scheiße nicht bieten lassen. Ich habe gerade einen Spiegelmitarbeiter gefragt, was ich denn hier mache. Da habe ich ihm gesagt, das, was du nicht machst, die berichten. Die bekennen Farbe, du Relotius. Gehen wir nach Hause. Oh, Mama, wir. Und hast du auch gemerkt, Sie haben am Anfang ein paar Fotos geschossen, aber haben sich dann nicht eingereizt, sondern sind dann schön auf der Seite stehen geblieben. Ja, das zeigt, welches ein geistes Kind Sie sind. Dann habe ich gesagt, weißt du, es ist so, was ihr da gerade macht, mit eurem Putin-Baschen und so, das tut doch nur in den nächsten Krieg, wo ihr nicht mitgeht, aber unsere Kinder hinschickt. Warum haben Sie die Idee, dass ich Ihre Kinder in den Krieg schicke? Weißt du, als wenn wir blöd wären. Und das ist das, was ich immer anfange. Ich fange ja nicht an, dass ich es mache. Und das müssen Sie ja machen. Sie sind ja bescheuert oder geldkirig oder was weiß ich. Oder haben eine schlechte Jugend oder gar keinen Sex. Aber die Art, wie Sie es machen, das ist so ohne Raffinesse. Das ist so billiger Effekt. Das ist wie Lindenstraße, gegen was ich einen amerikanischen Science-Fiction bin, der neuesten Generation. Das ist einfach nur schlecht. Und ich habe mit meinen Steuern etwas Besseres verdient. Von ARD, ZDF oder auch den Geheimdiensten. Ich möchte für mein Geld was mir geboten bekommen. Verstehst du? Das ist doch keine Netflix-Qualität, was ich hier biete. Das ist doch Schrott. Ja, aber wenn du auch nur 18 Euro im Monat zahlst, du musstest halt wie Bill Gates machen. Der legt halt mal 2, 3 Millionen auf den Tisch. Ja, und dem Bill möchte ich folgendes sagen. Weißt du, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst, du, viel an Tropen, mit dir kommen ja die Tropenkrankheiten. Nein! Hinterm Horiton Gates weiter. Da brauchen wir dich nicht dazu. Wahre Worte natürlich wie immer von unserem Kayvan Sufisirwasch, der natürlich auch hier live vor Ort mit dabei ist. Und wie er es richtig gesagt hat, leider die Mainstream-Media nicht. Und auch wir haben heute durch Zufall mit einer Journalistin gesprochen. Ich möchte jetzt den Sender nicht sagen, weil ich will ja auch niemanden in die Scheiße reiten. Und grundsätzlich finde ich ja froh, dass jeder Einzelne, der da ist, auch wirklich da ist. Aber wir haben mit einer Journalistin heute in unserer kurzen Pause im Regen, haben wir mit einer Journalistin in der Bäckerei, wo wir kurz was gefrühstückt haben, sind wir zufällig ins Gespräch gekommen, weil sie uns durch die deutsche Sprache gedacht hat, wir wären das ARD-Team. Und deswegen hat sie sehr offen mit uns gesprochen. Und dann haben wir gefragt, wie das eigentlich war, dass sie herkommt und wie sie sich einsetzt. Und sie hat heute gesagt, dass sie letzte Nacht ganz spontan den Auftrag bekommen hat, dass sie doch heute hierher fliegen soll. Also, versteht ihr, seit Monaten war klar, dass hier Tag X ist, dass hier die June & Assange Anhörung ist. Und diese Journalistin hat von ihrem Chef letzte Nacht spontan, ach, fahr doch da mal hin und mach doch mal einen Beitrag. Also, da seht ihr einfach, dass sie überhaupt nichts auf dem Schirm haben, dass sie weder Assange auf dem Schirm haben, die Pressefreiheit nicht auf dem Schirm haben. Und das finde ich ein absolutes Armutszeugnis, dass sie dann quasi auch heute Morgen hierher kommt und ihr Flieger geht leider heute um 19 Uhr schon wieder. Das heißt, die ist auch jetzt schon gar nicht mehr auf dieser Demonstration, wird gar nicht die Abschlussrede hören. Also, da weiß man doch schon ganz genau, dass die Artikel, die die gewollt haben von ihr, die waren schon geschrieben, bevor die sich überhaupt in den Flieger gesetzt hat. Also, das ist wirklich ein Trauerspiel. Und als sie dann später gefragt haben, weil sie gefragt hat, wie das dann eben bei uns weitergeht und wir uns zu verstehen gegeben haben, dass wir kein Mainstream-Medium sind, dann hatte sie es aber ganz eilig und dann ist sie innerhalb von zwei Minuten aus dieser Bäckerei raus gewesen und das war es mit dem Gespräch. Aber es war einfach mal ganz spannend zu sehen, dass ihr das einfach komplett egal war, dass auch der Redaktion das anscheinend komplett egal war, was hier passiert, sondern dass sie nur mal kurz jemanden hergeschickt haben, weil jetzt sind ja schon Leute da und da muss man ja wohl mal ein bisschen berichten. Also, das ist wirklich, ja, ich kann nur sagen, es ist ein Trauerspiel, was wir hier von der Medienseite erlebt haben und es ist, ja, sie müssen es besser machen. Sie müssen es besser machen. Wozu zahlen wir alle so viel Geld jeden Monat, Milliarden und Milliarden, um Propaganda zu bekommen und wenn sie dann berichten, die gleichen CIA-Talking-Points zu bekommen und immer wieder den gleich selben Bullshit? Der Zug kommt gerade hier an und ihr seht, wie die Menschen herströmen. Direkt vor uns liegt die Bühne. Ich habe einen guten Platz für euch erwischt, dass wir gleich die Bühne sehen werden. Ihr bekommt live und ungeschnitten Stella Assange und das Anwaltszimmer von WikiLeaks. Jetzt geht's los. Ich bringe euch um Free Assange. Ich bringe euch an, dass alles auf das Ergebnis der Fall dieses Fall ist. Ob es die Staten können criminalisieren Journalismus und stellen Journalisten in prison wie sie in den USA haben, mit einem Australischen Bürger, einem Publisher, der hat viele, viele Award gewonnen für seinen Journalismus und sie haben ihn in den tiefsten, tiefsten Häusern des USA und die USA verletzten ihn in den tiefsten, tiefsten Häusern des USA. Der Protestzug hier vor der Downing Street vor dem Sitz des Premierministers ist ebenfalls zu Ende und leider ist es, wie ich befürchtet hatte, dass wir keine Entscheidung hier live vor Ort bekommen werden, denn solange die Augen der Weltöffentlichkeit so wie jetzt in diesem Moment auf diesem Fall liegen, möchte sich natürlich weder UK noch US nicht die Hände hier schmutzig machen und in ein paar Tagen oder also Stella Assange hat von ein paar Tagen gesprochen, wenn in ein paar Tagen die Entscheidung da ist, dann werden die Medienkameras natürlich wieder in eine andere Richtung zeigen und unsere Kameras werden natürlich weiter auf diesem Fall zeigen und wir werden auch weiter ein Video zu dem Fall machen, sobald eine Entscheidung da ist und wir werden natürlich auch noch hier aus diesen vielen Streams, die wir gemacht haben, die knackigsten Interviews für euch rausholen, aber ich möchte euch jetzt noch kurz, ich möchte euch jetzt noch kurz sagen, was Stella Assange gesagt hat, hier von der Bühne, natürlich werden wir euch alle Reden auch noch übersetzt bringen, aber jetzt einfach live hier von Stella. Sie hat gesagt, es ist wirklich dramatisch, erstens, dass es Julian Assange nicht gut geht und dass auch der Plan, den von einem dunkelsten Loch, das Enggang zu bieten hat, wollen sie in das dunkelste Loch, das die USA zu bieten hat, stecken und genau das muss verhindert werden, aber sie wird auf jeden Fall Julian Assange davon erzählen und da war sie wirklich berührt, wie viele Menschen hier waren als Support, wie viele Medien, aber auch wie viele Demonstranten aus der ganzen Welt gekommen sind, um hier für Assange laut zu sein und sie sagt, sie wird ihm das auf jeden Fall erzählen und es wird ihm das Herz erwärmen, wenn er das hört und allein schon dafür war es doch wert, hier zu sein und allein dafür ist es wert, für euch alle weiter laut zu sein. Hashtag für Assange darf auf jeden Fall nicht verstummen. Sie hat auch gesagt, jetzt direkt aus dem Gericht hat sie erzählt und sie hat gesagt, dass die USA ganz genau weiß, dass sie schuldig sind und dass es genau der Grund ist, warum sie ihn wegsperren wollen, ist, weil sie selbst wissen, dass sie schuldig sind und um sich selbst freizusprechen, um selbst mit gutem Gewissen ihr Leben weiterleben zu können, wollen sie ihn wegsperren, weil wenn sie ihn wegsperren, ist es wie, als ob sie ihre eigenen Kriegsverbrechen weggesperrt hätten. Dann hat sie nochmal betont, dass es ihm jeden Tag ein bisschen schlechter geht und dass, wenn er wirklich ausgeliefert wird, vermutlich sterben wird. Und ein weiterer Aufruf von Stella Sorge an uns alle war, egal wie es weitergeht, egal was in ein paar Tagen die Entscheidung vom Court sein wird, bleibt weiter laut, seid weiter aktiv. Das ist die einzige Chance, die wir haben und die einzige Möglichkeit, das irgendwie noch zu beeinflussen, es weiter zu supporten. Und ich kann nur für mich und für unser Team sprechen, dass wir das auf jeden Fall machen werden. Und ich weiß, viele von euch da draußen werden das auch machen. Genau, sie hat gesagt, dass er von diesem Land getötet wird, von dem er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Das ist natürlich ziemlich absurd und das hatten wir auch die letzten Tage schon. Mit keinem Land der Welt würde es das geben, dass wenn ein Land plant, einen Journalisten zu ermorden, nachgewiesenermaßen plant, einen Journalisten zu ermorden, würde kein Land der Welt in dieses Land den Journalisten ausliefern. Und genau das ist auch die Argumentation der Assange-Defense-Kampagne, der Verteidigungskampagne, dass das nirgendwo gehen würde, außer in den USA. Und das würde ich nicht sein. Weil sie hat auch ganz klar gesagt, wenn das vielleicht das US-amerikanische Recht ist, soll das das US-amerikanische Recht sein. Aber warum sollte sich UK, warum sollte sich England, warum sollte sich Europa an das amerikanische Recht halten? Das macht eigentlich keinen Sinn. Und wir wissen ja auch, dass die Amerikaner leider auch hier in Europa sehr, sehr einflussreich sind. Aber in einer normalen Welt, in einer normalen Pressefreiheit, in einer normalen demokratischen Welt, wie wir sie ja eigentlich immer vorgespielt bekommen, dürfte das eigentlich nicht sein. Aber wir werden natürlich hier auf dem Kanal natürlich erfahren, in ein paar Tagen, was die endgültige Entscheidung gewesen ist. Und eine sehr absurde Situation aus dem Gericht hat sie noch erzählt. Und zwar, immer wenn es im Gericht dazu gekommen ist, dass sie Beweise zu dem Mordanschlag, Beweise zu den Attentatsplänen gebracht haben, immer das Thema gewechselt wurde. Dass immer das Thema gewechselt wurde, wenn es quasi zu kritischen Punkten für die Assange-Kampagne gekommen ist. Immer wenn das Thema zu Kriegsverbrechen gekommen ist, zu Guantanamo Bay, zu dem Foltergefängnis gekommen ist, zu den getöteten Zivilisten. Davon wollten die Richter, davon wollten die im Gericht nichts wissen und haben immer das Thema gewechselt. Das war in den ganzen zwei Tagen, war das nicht einmal Thema. Eigentlich das, worum es hier wirklich geht, war nicht einmal Thema in diesem Gerichtsgebäude. Es ist eigentlich, das kann man keinem erzählen, wenn er von einem fremden Planet kommt und man erzählt ihm hier, wie hier rechtssystemisch gesprochen wird, würde keiner glauben. Denn solange Julian Assange nicht frei ist, ist keiner von uns frei. Und das möchte ich nur unterstreichen. Ihre Abschlussworte waren genauso bewegend wie wahr. Seid weiter für Assange da, denn er wäre auch für euch da. Und ich kann das nur unterstreichen, seid weiter für Assange da, und er wäre auch für euch da. Denn genau das, was passiert, das, was er ja macht, niemanden zu verraten, keine Quelle zu verraten, das online zu stellen, damit alle Informationen für alle Leute draußen sind, das tut er ja für dich. Das tut er für dich da draußen. Das tut er für alle Menschen. Und genau das hat ihm das Fadenkreuz gebracht. Und er würde natürlich für euch hier stehen, weil er nämlich genau für euch auch im Gefängnis ist. Für euch in einer sechs Quadratmeter großen Zelle, in dem dunkelsten Loch, das England zu bieten hat. Also deswegen abschließend möchte ich sagen, seid weiter laut, denn er wäre für euch laut. Und wie es auch Kayban vorher gesagt hat, von dem ich gerade die Kaufbank zurückbekommen habe, be, be, be Assange. Wir müssen alle in uns den Assange erwecken. Wir müssen alle in uns diesen Teil finden, um aktiv zu werden, um so mutig zu sein, um rauszugehen und wirklich für das zu stehen, für was wir einstehen wollen. Und ich weiß, ich habe sehr viel zu sagen, also sagt es auch, lasst euch von niemandem den Mund verbieten. Das waren zwei lange Tage Livestream mit über 14 Stunden Material, das wir hier für euch geliefert werden. Mein Name ist Killes Moor. Ich danke dem Julien, ich danke nicht dem Julien, das soll stimmen, dem natürlich auch. Aber ich danke auch meinem Team in Wien, ohne dass das alles nicht möglich gewesen wäre. Ich danke jedem von euch, der hier zugeschaut hat, der laut war, der diese Streams geteilt hat. Danke auch an die vielen Medienschaffenden, egal ob auf Telegram oder auf Twitter oder auf YouTube, die das alles hier geteilt haben und die dafür gesorgt haben, dass diese Streams weit rausgehen. Genau das müssen wir weitermachen. Wir müssen Massenmedien dazu bringen und dazu zwingen, besser zu berichten und darum müssen wir es besser machen. Jemand, der nicht mal ein Journalist ist, ich bin kein Journalist, ich mache das nur, weil es sonst keiner macht und genau das werde ich weitermachen. Also unterstützt uns gerade, wenn ihr uns unterstützen wollt und das geht natürlich nicht nur durch Geld und unsere Reisekosten reinzubekommen, sondern auch durch ein Abo, durch Teilen, durch Kommentieren. Ihr wisst, wie das läuft, füttert den Algorithmus, denn all unsere Videos hier aus London wurden demonetarisiert. Danke dafür natürlich auch noch an YouTube. Das war es hier von uns aus London. Ich hoffe, wir haben einen bestmöglichen Job für euch gemacht im ersten ultralangen Livestream über mehrere Tage. Mein Name ist Killes Moor. Ich liebe euch alle, werdet aktiv und ich bin raus. Peace.